Ah, Lütjeladen! Lütjeladen, das niedersächsische Nationalgetränk. Es gehören dazu zwei spezielle Gläser, ein 2CL-Glas gefüllt mit Lütjeladenbier und ein 1CL-Glas mit Korn. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand wird das Lütjeladenbierglas begriffen, mit dem Mittel- und Ringfinger derselben Hand das Glas mit Korn. Die Gläser werden dann übereinander so an die Lippen gesetzt, dass der Korn aus dem oben liegenden Glas zusammen mit dem Lütjeladenbier in den Mund fließt und in einem Zuge getrunken wird. Sie schmeckt gut, bringt viel Spaß und Stimmung.